er hat in die Strecke und was kling Prozent 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 die Griechen muss doch mal ein Adrenalin-Strahl Scheiß-Fahrerwalzer der tolles Krieg ja noch die Nusserl weiß ich nicht Dort da oben ist doch noch einer. Nur Scheiß-Troppen die hier, ey. Och, ich hab was Seltenes gekriegt. Oh, ich will ihn doch durchraschen. Für höhere Gerechtigkeit. Das ist gut, dass das vorbei ist. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hm. Ihr befreist denn den? Ja den gefangen denn Achso Es wurde aufgeschrieben, dass die neuen Gegner, die jetzt hier in Kalisien, neue Waffen haben Zum Troppen jetzt oder wie? Bitte? Zum Troppen Nein Die äh ja Die schießen mit neuen Dachen Zum Beispiel die Heizkeuerballons Die schießen mit neuen Dachen Heizk Achso Ich komme Die 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 ... ... Kommen wir! Kommen wir! Und tauchen! Und dann lassen wir gleich noch schön ein Video laufen im Kalenonwald! Ja, hast du auch noch nicht gemacht mein Freund? An dieser komische Spirale! Ne, habe ich noch nicht! Aber ich weiß gerade, wer sich freut! Adi, freust du dich? Worüber? Ja, über dieses Junkie-Puzzle! Ja, natürlich! Da geh ich immer auf! Du holst ja gleich weg, ne? Oh! Alle down! Ja! Ja, ich werde gerade wiederbelebt! Achso! Ich weiß nicht, ob das mit der Hand fehlt! Könnt ihr euch wiederbeleben? Ja, ich habe einen Schrein! Ja! Ja! Jetzt ist... Jetzt ist es vorbei! Ja! Ja! Ich gehe zu Höhenangaben! Achso! Ne, da in der Mitte habe ich Platz! Da beim Hundekäfig! Ja! Weil ich kann mich reparieren! Ja! Ich kann mich reparieren! Ja! Der Tiefpfanner will jetzt hier aufgehen, das tut man hinterher. Prost! Ja, genau. Mein Zeit! Hier war ne Truhe. Nicht für mich, ey. So'n Scheiß. Oh, drei Jumping Puzzle hab ich voll wieder gemacht, Sascha. Oh Mann. Ich hab' heute gegrillt. Wer hat denn das heute nicht getan? Außer Wobbel, der war Eis essen. Eis essen, das hab' ich auch noch. Auch noch! Ja, mein Vater war heute zum, zum, äh, anangeln. Ich konnte nicht, weil ich knackig hatte. Und, äh, ja, komm' dann wieder mit nem, äh, knapp 70er an. Oh! Ja. Der wird ja wohl schön geräuchert, oder nicht? Ja, wird noch. Mit schön 800 Bram. Cooles Tal. Für alle Angler, Freunde, hier bei YouTube. Ich hab's leider wieder mit dem Boot zu sehen. Höhehehehehehehehe. Haar. Pfff. So Freunde, wo geht's weiter? Ja, und ey? Oh, ist da jemand gelieft oder jemand tot noch? Oh, da ist eine drin, du müsstest auch auf die beiden rüber gehen. Ach da ist sie. Ich, Max, und Delfen, oder seid ihr da? Oh, hier sieht's ja lustig aus, wie nur man die 42. Oh, das ist ja lustig. 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 Der hat gleich schon wieder down, ey. Ähm, ja, du! Ja, oh! Der mit der festen Rüstung ist down. Ich kämp' auch in der vordersten Front. Und wir sind in der Höhe. 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 den Rest lassen wir uns immer wieder verlegen so, bei den Wert ist es nicht weit so weit Wir sind hier bei dem Entfernt Hei, bitte mal! In deinem Zaun, wa? Das steht auch nicht vor Ne, das war's nicht Für höhere Gewichtigkeit Es verbrengt mich! Oh ja, los geht's! Ja! Für höhere Gewichtigkeit Oh, das kann ich nicht angehen, ey! Höhere Gewichtigkeit Ich glaube nicht, dass Mütze oder Syntro Ach, du freut mich nicht hin! Ach, du freut mich! Ach, du freut mich! Ach, du freut mich! Ich bin hier im Saal!